Schlüssel benutzt habe. Da sind Schneck. Schneck ist jetzt nicht so saumäßig gefährlich. Also sind Slugs, also Nacktschnecken. Hmm. Aura ist für Slugs. Interrogation Chambers, Detention und Mineshaft Controls. Aha. Okay, da komme ich erstmal noch nicht dran. Okay, ich habe jetzt hier gerade einen ziemlichen Umlauf gemacht. Fug. Ries. Kacke. 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 So, gegen zwei komme ich an. Irgendwie. Ich muss nur aufpassen, was ich mache. In der Ecke einknippen lassen darf ich mich nicht, natürlich. Nur leider haben meine Pfeile nicht viel, ähm, hier. Das war schlecht. Das hat mich zwar die beiden Potions jetzt gekostet, weil ich nicht aufgepasst habe. So. Schlüssel, um hier wieder rauszukommen, nehme ich an. Und noch ein Presskey. Okay. Makete, Novamaze, Metal Frame, Ogre Hammer, Pipe, aber hier liegt ein Bone Dagger. Metal Frame, Plate Gauntlet, habe ich bereits an, blutiger Schädel, Legionärspeer, V-Wing, oh, Scroll. An das Wächter, äh, Verhörteam. Dies wurde euch schon letzte Woche angeordnet, aber es wurde noch nicht getan. Säubert den Verhörraum sofort. Wir haben ein paar neue Gäste im Labyrinth und wir möchten nicht, dass sie die falsche Einstellung haben. Arbeiten im Palast Dungeon ist ein Privileg. Wenn ihr nicht den Anweisungen folgen könnt, werdet ihr umbesetzt in die Horusmin. Ihr wisst alle, was das bedeutet. Erledigt die Arbeit. Gwendel. Mhm. Die haben den Verhörraum schön rausgeputzt. Noch ein Legionärspeer. Ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir neue Potions mischen. Das ist jetzt eine normale. Ach, das ist eine stärkere. Gut. Das heißt, ich brauche zwei Milkweed. Und eigentlich tun es auch bei ihr tut es, glaube ich, auch so eine Half Potion. So. Und ich denke mal, für ihn da drüben eine Mana Potion für Notfälle. Mhm. So, an diesem netten, blutigen Ort möchte ich nicht mehr bleiben. Davor schlafen möchte ich auch nicht unbedingt. Oh Gott, ey. Ich habe ziemlich viele Ladungen von meinem Stab jetzt wieder verbraucht. Aber ja, die Eisengolems sind halt die Eisengolems, die sind halt heftig. Da sind Ogernwitz dagegen. So. Was erwartet uns hinter dieser Tür? was erwartet. Oh ho. Oh ho. Oh ho. Oh ho. Oh ho. Okay. Ein magieresistenter Schleim. Der jetzt die beiden gelähmt hat. Der jetzt die beiden gelähmt hat. Das war jetzt nicht so schön. Das war jetzt echt nichts Schöneres. Das ist der Raum hier. Soll ich erstmal in den Raum reinkommen? Okay, ich habe gerade einen Fluchtweg gefunden. Mhm. Ha. Au. Hier sind auf jeden Fall... Immun gegen normale Magie. Ah ne, gegen eins. Nicht. Au, aber sie explodieren. Ganz schön böse. To the shaft control room. Wieder Schriftrollen. Hm. Was steht denn hier? Ne, das lese ich gleich. System... System... System reset? Hm. Noch ein System reset. Okay. Okay. Hm. 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 Okay. Das war wieder rausgeportet. Das war wieder rausgeportet. Ach, da gibt es einen Schalter. Das war wieder rausgeportet. Das war wieder rausgeportet.